so und damit herzlich willkommen zurück leute ja nach einer kleinen pause geht es weiter für euch ist es schon der nächste tag wahrscheinlich ja in der letzten folge haben wir erfahren dass Nigel Kass ein Abkommen mit Zero Day hat und wir wissen immer noch nicht wer Zero Day ist und ja wir sollen was wollte ich sagen ach so ja Zero Day möchte in das Filament Gebäude Zugang haben das heißt wo die ganzen Daten gespeichert sind und Nigel Kass will halt die die macht über die Stadt und ich habe mir überlegt heute werden wir einen weiteren Stadtteil einnehmen damit wir einen neuen OP Charakter kriegen und dafür werden wir hier oben die zwei Missionen machen und es linken non technie befreien und danach machen wir dann eine Hauptmission weiter heute werden wir mit euch über Alvion sprechen dein und meine freunde Alice die Regierung hat Alvions Vertrag verlängert und prallt außerdem damit ich glaube heute werden wir mal ein bisschen rocken ich habe echt Bock so ein bisschen so auf dem Motorrad wohl das ist eher Metal was wir gerade anhaben egal so wir sollen hier Beweise glaube ich Beweise sicherstellen so dafür müssen wir hier durch wieso geht das nicht kaputt sehr komisch wahrscheinlich müssen wir einen Spider-Bot rüber schicken aber wir verstecken uns mal hier mitnehmen mitnehmen was zur Hölle ist das Begley ein Datenstick der muss aus dem Drack kommen es gibt Beweise dass Alvion es auf Graswurzelgruppen im Stadtteil abgesehen hat damit die sich nicht organisieren ich gehe dem nach könnte nützlich sein die Daten haben wir gesichert und jetzt als nächstes machen wir hier das hier die Sabotage und Gulnas hat schon wieder was gekauft was total unnötiges das Problem ist die kauft immer so Sachen die nicht schön aussehen so wenn die so exklusive Sachen random kaufen würde dann würde es mich sogar freuen so ein bisschen John Wick Action hier so ein bisschen so ein bisschen Ich hasse diese großen Drohnen, ne? Die haben so ekelhaftes Gas, was Schaden macht Die Kellys haben sie wohl kaum so gefesselt, um ihre Pfadfinderknoten abzeichen zu bekommen Ihre Optik-Locks liegen nahe, dass sie die Diebin ist Das stinkt nach einer Falle Wir sollten mit großer Vorsicht vorgehen Nichts, nicht mehr Oh 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 Ich hab gleich keine Muni mehr Noch weiter oben Ach, wir sollen die Werbetafel wahrscheinlich sabotieren, oder? Doch nicht Ich dachte schon Sabotage betrieben, nice So Da ganz oben Wunderbar! Du weißt ja, was man über Sabotage sagt Ein bisschen mehr schadet nie Das wird Albion sicher Kopfschmerzen bereiten Wir haben getan, was wir konnten, um Albions Einfluss in Hackney und Islington zu schmälern Jetzt müssen andere übernehmen Also, was machen wir? Ich wurde von einer Aktivistin im Bezirk kontaktiert, die gerne ein Treffen hätte Sie sagt, wir hätten sie inspiriert, hier einen Beitrag zu leisten, aber jetzt könnte sie Hilfe brauchen Unterhalten wir uns mal mit ihr So Einmal runter, bitte Dann einmal rüber Und ja, wir wollten noch die Technikpunkte ausgeben Die habe ich vergessen in der letzten Folge Das machen wir jetzt sofort Bevor ich es wieder vergesse So, wir haben nämlich jetzt 210 Punkte Ich wäre ja echt dafür, dass wir hier den Granatwerfer verbessern Komm, das machen wir auf jeden Fall Dann haben wir noch 130 Ja Die Tarnung würde ich auch gerne verbessern eigentlich Aber ich glaube, wenn wir hier die Drohnen voll upgraden, macht das mehr Sinn Weil dann können wir die hacken, damit sie ihre Verbündeten bekämpfen Ich glaube, das macht mehr Sinn So Alles klar Und beim nächsten Mal machen wir dann die Kampfdrohne Jetzt haben wir die AT Drohne gemacht Weil dann gehen die uns nicht so sehr auf die Nerven So Wo können wir hier wieder weg? Unser Motorrad müsste noch da unten sein Jawohl Das sieht gut aus Hi Wo soll denn hier bitte Geld sein? Ach da Voll versteckt im Müll Gut Jetzt müssen wir hier Bezirksmission machen Dann kriegen wir einen Fußballhooligan Da sind wir wieder mit dem Upload Heute sprechen wir über Kryptowährungen Uns kommt es vor, als hätte es Krypto schon immer gesagt Ich will Kryptowährungen nicht hören So Ich will Kryptowährungen nicht hören Ich will Kryptowährungen nicht hören Ich will Kryptowährungen nicht hören So 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 Schrei mich nicht an So Hey Suchst nach Dedzack was? Oh da bist du ja Liebes Ganz reizend was du für unser Viertel gemacht hast Diese Albion Schläger waren wirklich ein Ärgernis Natürlich sind sie jetzt ziemlich angestachelt Und wollen es den Bezug hinzahlen Was meinst du damit? Eine Gruppe von uns wollte der Gemeinschaft helfen Und bei der derzeitigen Lage mussten wir das leise tun, wenn du verstehst Direkt unter Albions Nase Und nebenbei das Gesetz Sieht echt komisch aus Das ist richtiger Dedzack-Style Sagen wir einfach ihr habt uns inspiriert und gut ist Aber ich habe jetzt erfahren, dass Albion einige Razzien in Hackney plant Das überleben wir nicht Es sei denn ihr helft uns Wenn ihr sie aufhalten könnt bevor sie zuschlagen Haben wir Zeit unsere Operationen an einen sicheren Ort zu verlegen Ich habe ein kleines Gerät in die Finger bekommen Mit dem mir blitzschnell durch den Bezirk kommt Sei so nett und kümmere dich für mich darum, ja Bin dran Jo, das machen wir Ach wie cool Können wir uns hier ein bisschen Geld hacken So, wir müssen nach oben Aber von wo? Aha Also ich habe gemerkt In den meisten Orten Kommt man auch so irgendwie aufs Dach Also ihr braucht nicht unbedingt die Frachtdrohne Nur halt für die ganz großen Wolkenkratzer Wo Technikpunkte sind Da müsste man mit der Frachtdrohne drauf Aber sonst kommt ihr wirklich fast überall hin Widerstand gegen die Verhaftung wird mit Gewalt beantwortet Widerstand gegen die Verhaftung wird mit Gewalt beantwortet Warte auf Distrikt Kriminalitätsbericht Okay, gut Keine Zeit zum Plaudern Elvian hat die Razzienteams synchronisiert Ich schicke dir die Position, sobald ich sie habe Du schaltest sie aus Ja, na los, du vergeudest Zeit Diese Drohne wurde modifiziert Etwas schneller mit besserer Panzerung Aber die maximale Höhe ist begrenzt Außerdem überwacht Elvian den Bezirk mit CTOS Sie könnten sie runterholen, wenn du zu hoch fliegst Also flieg auf Straßenniveau Also die soll ich ausschalten Das sieht nach einem guten Zeitpunkt aus Aber nicht trödeln Weiter, bevor die nächste Razzia startet Aufgepasst, es sind einige Boden zu dir unterwegs Naja, wir sind schon weg Neuuu Alter, das ist echt schnell Die Drohne Die will ich auch haben Okay, hier drin soll das sein Sehr gut, aber verlier keine Zeit Weiter zum nächsten Ort Sooo Sollten gleich da sein A Sky Ausgezeichnet, du hast sie durcheinander gebracht Hier ist die nächste, schnell hin bevor es los geht also wie viel sollen wir denn noch zerstören bitte ist nicht die reguläre anzahl am a3 in mission irgendwann ist auch gut noch eine dann ist es geschafft brillant jetzt los beeilung So, wir sollten gleich da sein. Hier links. Da ist er auch schon. Das war die letzte. Wirklich verflucht gut. Danke. So. Das war wirklich brillant. Eine solche Razzia hätte unseren Kampfgeist gebrochen. Und der ganze Bezirk hätte Elbion die Stiefel geleckt. Du hast echt Mumm bewiesen, Liebes. Das war nichts, was du nicht auch geschafft hättest. Diese alte Schachtel hat noch ein bisschen Leben in sich. Und dieser Stadtteil auch. Dank dir. Nicht der Rede wert. Solange es noch Leute gibt, die sich wehren wollen, werden wir Elbion stürzen können. Gut gesagt. Mach's gut, Liebes. Und meld dich mal. Ganz bestimmt nicht. Sorry. Klingt, als würden sich Hackney und Islington jetzt erheben und Elbion Paroli bieten können. Hätte nicht besser laufen können, Dedzack. Brillant. Darüber debattieren wir schon seit Jahrzehnten. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis die Menschen an den Nutzen des Händewaschens geglaubt haben? Gut, wechseln wir zu unserem neuen Charakter. Mal gucken, was der drauf hat. Wahrscheinlich Nahkampfschaden. Oh ja. Dedzack wird immer stärker. Willkommen im Widerstand, Mann. Oh yeah. Mit euch Leuten mache ich mir gern die Finger schmutzig. Fantastisch. Gut. Gut, ein weiteres Mädchen, die irgendwie Arbeitsklamotten ahnt hat. Und ja. Wir können Sammelruf machen. Ruft Verbündete herbei. Die hat K.O. Schlag. Gegner gehen ohne Finisher K.O. Er leidet betrunken. Weniger Nahkampfschaden. Bier Echsen. Nice. Und ich muss ehrlich gestehen, wir waren noch nie betrunken im Let's Play. Das wird doch mal Zeit hier. Komm. Nach zwei Bier schon am Wackeln oder was? Wer hat Bock auf mehr? So langsam werde ich rattig. Alter, das waren noch vier Bier. Die sieht gleich nichts mehr. Aber übertreiben solltest du nur in deiner Freizeit. Die Tänzerin. Tränengas. Saxophon. Ghostwriter. Alter, so langsam wird mir auch schwindelig. Das ist auf jeden Fall ziemlich funny. Gut. Sollen wir eine Hauptwissen-Mission weitermachen, Leute? Oder sagt ihr ja, ne? Wir machen mal mit der Hauptmission weiter. Dafür wechseln wir aber wieder den Charakter. Was spielen wir heute? Ich hätte echt Lust mal wieder auf eine Magierin. Komm, wir spielen die Magierin. Und gucken mal, wie wir in Sperrgebieten klarkommen. Die sollen sich alle gegenseitig angreifen. Los, wir schaffen das. So. Ich brauche erstmal ein Auto. Der sieht doch gut aus. Oh, warte mal. Da ist einer, den ich rekrutieren kann. Anarchist. Nee. Ich finde die ganzen, in Anführungsstrichen, guten Helden, ohne Waffe, finde ich voll useless. Weil wenn ich von Elvian-Soldaten mit Sturmgewehren abgefeuert werde, werde ich mich ganz bestimmt nicht mit einem Knüppel dahin stellen. Und wir wollen ja nur gute Charaktere in unserem Team, deswegen... Und wir wollen ja nur gute Charaktere in unserem Team, deswegen... Warum können wir hier nicht geradeaus fahren? Ergibt das irgendeinen Sinn? Nein. Ups. Sorry. Sorry. Ganz kurz, wovor ich die Mission starte. Das ist lustig. Desert Eagle. Agentenprämie. Geht's dir gut? Rex Revolver. Hatten wir schon, ne? Gut, wir starten mal. London. Du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Torenkonferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben. Mich eingeschlossen. Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, scheiß drauf. Wehrt euch. Nicht übel. Gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hey, nicht, Darling. Haha. Riskierst du deine Visage? Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wiedergutmachen, nicht wahr? Außerdem braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das. Hat er gerade Noobs gesagt? Boah, das muss ich mich später anschauen. Ach, Albion löst sich nicht einfach auf in... Nichts. Er ist schon weg. Hey, mich ist Batman, Leute. Hey, ich wollte den Leuten helfen, die sind schon weg. Wenn die Leute eingefallen sind, wird er an der Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Gott sei Dank. Nach der ganzen Aufregung könnte ich wirklich ein Nickerchen brauchen. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bad Lady Spaßbremse. Wir können dem Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern. Gut. Mission gestartet, Londons Beschützer. Haben wir noch Zeit? Ja. Ich glaube nicht, dass du mit dieser Reaktion gerechnet hast. Aber Nigel Cass ist wieder in den Nachrichten. Ach komm, herauf, Alter. Der gibt nicht auf, der Typ. Schauen wir mal, was er diesmal sagt. Die Regierung tagt, um den Vertrag mit Albion zu überprüfen. Nigel Cass hat in einem emotionalen Gespräch mit dem GBB auf den Antrag reagiert, sich selbst den Behörden zu übergeben. Halt's Maul und hör mir zu. Weder die Regierung noch irgendjemand sonst wird mich entfernen. Er sterbe ich. Und mit mir viele andere. Sie wollen Blut sehen? Sollen sie haben? Diese Stadt gehört mir. Ich bin ihr Hirte. Und ich werde meine Herde schlachten. Ich sie abtrete. Cass hat sich selbst in seinem Hauptquartier im Y-Tower eingeschlossen und gedroht, alle zu töten, die ihn aufhalten wollen. Er ist schwer bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Also müssen wir jetzt zum Y-Tower und ihn erledigen, oder was? Anscheinend. Okay. Let's go! Shit! Er ist übergeschnappt. In dem Zustand ist nichts und niemand sicher vor ihm. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zum Y-Tower und ihn aufhalten. Let's go! Wurde auch Zeit, dass Nigel Cass hier zur Strecke gebracht wird. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so früh kommt, weil die ja noch Bomben und so weiter platzen lassen wollten. Die hatten ja ein Abkommen mit Zero Day. Ich hätte echt noch gedacht, dass es sich noch ein bisschen zieht. Aber wenn man bedenkt, dass wir schon in der 24. Folge sind, glaube ich, dann ist das, glaube ich, schon genug Spielzeit, um hier so langsam das Ende einzuführen. Das Problem ist, wir sind hier wieder im Tower of London. Aber diesmal werde ich nicht als Albion reingehen. Ist mir scheißegal. Ich stürme da jetzt rein. Mit unserer Magierfrau. Nigel hat einen privaten Boker unter dem Ort, an dem er seine Spielzeuge baut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger um. Dann kümmeln wir uns doch mal um diesen Tyrannen, okay? Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlungern. So. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, wo wir hier in Tower of London reingehen werden, wo wir nicht gezwungen sind, Albion-Spieler zu spielen. Also, sehr interessant, auf jeden Fall. Wie bitte? Achtung, da schießt jemand! Ich schieße nicht. Komm zurück! Immer diese Pussis. Ich lasse ihn mal leben. Jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. Das einzige, für das wir ihm je dankbar sein werden, ist, wenn er endlich ins Gras beißt. Wieso? Alter, ich verstehe nicht, wieso ich gerade nicht, äh, nicht dieses, äh, diese Uhr auswählen konnte. Taschenuhr. Konnte ich nicht auswählen. Ich habe mit X, äh, von Spider-Bot auf Taschenuhr gewechselt. Und dann hat es automatisch wieder zurück gewechselt. Das, äh, das war jetzt echt sehr strange. Also, versuchen wir es mit der anderen Magierin nochmal. Ich will auf jeden Fall mit Magier spielen, weil ich die Fähigkeit sehr interessant finde. Und wir haben das noch nicht so richtig ausprobiert. ... von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Immer darf ich hinter diesen Hilfsköpfen ausräumen. Kackpratze! Ah! Ja, kack! Der Feind ist unter uns. Seid wachsam. Niemand darf ohne Überprüfung durch. Niemand darf unseren hindernden Nonnon zu beschissen. Das Einzige, für das wir ihm je dankbar sein werden, ist, wenn er endlich ins Gras beißt. Deine Verstärkung ist fertig. Aha. Guckt mal. Genau so wollte ich das haben. Na komm, lad schneller auf, lad schneller auf, komm. Gehen wir den mir jetzt auch direkt. Du verspürst plötzlich den Wunsch, dich gegen deine Freunde zu wenden. Let's go! Töte sie alle! Go! Töte sie! Bastard! Geh und töte sie! Hallo? Der ist verpackt. Der ist verpackt. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Ich kann mit dem Zahnrad die Fähigkeiten ändern. Das wusste ich gar nicht. Du wirst Blei fressen. Was war das? Uff! Bring jetzt! Ah! Uff! Frau und Männer von Elf. Der wahre Feind hat endlich sein Gesicht gezeigt und war er sein maskiertes Gesicht. Doch was will man von Feigling erwarten? Der Ziel. Wir wollen den Mann vernichten, der sich dann für ein Neid besitzt hat. Und wer wäre wohl das erste Ziel von Projekt Tavis? Sie retten bloß ihre eigene Haut. Sonst nichts. Ich habe die Lösung für unser Problem gefunden und werde alles tun, um sie durchzusetzen. Ich brauche die Schlüsselkarte. Seid ihr sicher, dass ihr dagegen ankämpfen wollt? Wollt ihr meine Entschlossenheit testen? Na los! Versucht es doch! Versucht es doch! Sooo... Pass auf! Sonst erwischt sie euch und legt euch um! Ganz sneaky hier. Die Schlüsselkarte herunterladen. Jetzt bin ich sauer! Ja, sei mal sauer. Verständigen wir das Hauptquartier Ach cool, der schießt auf das Torröt Geil Ja, krank Stattdruck entdeckt, gegen das ist gut Sooo Drinnen sind wir schonmal Das hier Satellite hacken Das war's mit der Sicherheit Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen Nice Das hört sich gut an Komm Omi Leg den Zahn zu Sonst wird das nichts mit der Rente Heulen wir uns die Ratte Gesichert Drohne Suche initiieren Das reicht Setze Schusswaffen Genau, setzen wir Schusswaffen ein Den werden wir auch Übernehmen Gucken wir mal wie gut der Skill war Offenbar Offenbar war dieser widerliche Nerd Diejenige, die dem Stadtteil die Hilfslieferungen entzogen hat Damit alle schön brav noch alien hören Was für eine gute Idee das war Die Drohnen zu skillen Was für eine gute Idee es war Die Drohne zu skillen Jetzt kann man auf Verraten drücken Und damit Wenn ich auf Verraten drücke Wenn ich auf Verraten drücke Sofort stehen bleiben Schießt der dann auf Verbündete Wie wird es bloß helfen? Und dann Alright Die Da was hier wieder los ist jetzt zeig dich doch mal hallo zeig dich du verspürst plötzlich den wunsch dich gegen deine freunde zu wenden so muni einsammeln und los geht's also die magierin mit drohnen hacken ist glaube ich richtig okay so im bunker werden wir angekommen schauen wir mal ob nigel kass auf uns wartet das seht ihr in der nächsten folge ne so nein spaß jetzt betreten du kannst im bunker erst wieder verlassen oder agenten wechseln wenn kass besiegt ist ich bin bereit voll cool dass wir uns das fragen zerstört zwar ein bisschen den überraschungs moment aber wir wissen also seid ihr hier um es zu beenden dead sack dass wir ihn besiegen werden müssen begreift ihr es denn nicht was unser gemeinsamer bekannter zero day hier einleitete meine unausweichliche herrschaft und euren niedergang so wird es nun mal immer enden und das sehen wir dann so ist einfach die natürliche ordnung für menschen wie mich und menschen wie euch ich bin das gesetz kommt runter ihr seid erledigt ich bin unten nigel ich bin unten so viele schüsse habe ich gar nicht in einem scheiß granatwerfer ich hoffe hier liegt muni rum die stationen einzuschalten verstärkung angefordert wie überraschend ihr habt meine pläne ruiniert der zack aber nur vorübergehend ich befreie die stadt eins für alle mafos ich befreie die stadt eins für alle mafos schwachpunkte enthüllt der imp hat gewirkt feuer frei die erste imp station ist erschöpft starte die nächste mit einer netzwerkbrücke ich muss uns erst mal auf die verstärkung kümmern und in die lande drücken ihr werdet mir nicht im weg stehen das so rum das so rum das so rum der imp hat die rüstung der drohne geschwächt angreifen der schritt der drohne ist wieder online schalte eine andere imp station ein ach nein jetzt muss ich da rüber oder was euer kampf ist sinnvoll sie werden es euch nicht danken alle eure mühe eure opfer umsonst alle eure mühe eure opfer umsonst die pf mir ist Du hast plötzlich den Wunsch, dich in deine Freunde zu wenden. Alter, ich brauche Munition. Die Bombs sind unterwegs zur Zielperson. Du verspürst... Oh, wow. Oh, wow. Ich darf jetzt nicht sterben, Alter. Das ist deine Chance, Schaden zu verursachen. Keine Zeit verschwenden. So, wir haben es geschafft. Holy shit, das war knapp. War der jetzt da drin? Der Nigel? Ich glaube schon, ne? Ja, er war da drin. Bringen wir es hinter uns. Kann ich den eigentlich mit der Fähigkeit auf meine Seite ziehen? Ich glaube nicht, ne? Bringen wir es zu Ende. Deine Tote da einfach sein können. Ich führe London wieder zu wahrer Größe. Ja gut, Nigel. See you later. Ich bin beeindruckt. Glaubst du, deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Schlimmer wie du geht gar nicht, oder? Oh, dieser Job ist so undankbar. Und die Leute erhassen dich am Ende dafür. Sogar wenn es zu ihrem Besten ist. Es liegt ganz an den Leuten, wie sie sich entscheiden. Das ist der Zeck's fataler Fehler. Ihr glaubt an die Menschen. Ihr rekrutiert einfach alle. Stürmt's direkt von der Straße. Tja, früher war ich genauso. Dann wurde ein guter Mann getötet. Ach stimmt ja. Sein Vater wurde vor seinen Augen umgebracht. Oder irgendwie sowas war das. Und seitdem ist er dann zu Nigel Cass geworden. Tja, dann streichen wir Nigel Cass mal von der Liste. Ein Jammer. Er wäre ein toller Zero Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Cass ist vielleicht weg. Aber Albion verschwindet nicht so leicht. Wir werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero Day. Das stimmt ja. Ja. Gut Leute. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Also, ja. Nigel Cass ist besiegt. Und jetzt ist nur noch das wahre Gesicht. Kapitel abgeschlossen. Der Zeck Kapitel begonnen. London erhebt sich. Alles klar. Nice. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer Zero Day ist. Und ja. Das machen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Also bleibt dran. Ja. Ja.